Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf unserem Kanal, sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter-Creator-Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator-Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Itemshop unten rechts in der Ecke auf Supporter-Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator-Code neu antragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gehen in den Itemshop vom 1.9.2019. Ja, es ist September. Juhu. Walscher, ein neuer Skin ist da. Es ist September, juhu, in drei Monaten schon wieder ein Jahr vorbei. Unten, hey, warte mal. Blauer Walscher und ein neuer Gleiter ist auch da. Ich frage mich, ich frage mich, wie die Zeit noch schneller verlaufen kann als jetzt gerade. Weil, es kann doch nicht wahr sein, gerade eben war er es der letzte. Tja, einfach so. Also, wir fangen auf der rechten Seite an. Mit dem Tarot, ja, sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen strange das Teil, kriegt von mir 7 von 10. 4,065 bei 31 Wurzmann ist am 25. November 2018 im Shop gewesen, seit dem 7.82 wir machen das. Für 15 Minuten, wie du wachst. Geh mal nochmal in den Tarot bitte rein und dreh den mal hinten. So, und jetzt zoomen wir alle in den Rand. Ah, okay, alles klar. Ähm, Hüftpfeffer. So, oh nein. Der Hüftpfeffer. Hüftpfeffer. Für 500 W-Bucks. Ist der Besti-Mode. Der ist echt ganz witzig. 10, 10 vor 10. Ja, kriegt von mir 8 von 10. 4,095 bei LV2, erst mal am 31. Juli 2019 im Shop gewesen, seit dem 2 Mal und 18 Reminders. Abtraininger besides the Renegade. Ja. Für 800 W-Bucks, ich finde die nicht ganz so toll. Ich weiß auch, dass es ein mega beliebt ist. Es gibt von mir 4 von 5. Was? 4 von 5. Ja. 4 von 5. Mhm. 4 von 5. Ja. Hä? Wie 4 von 5? 4 von 10. Äh, 4 von 10, sorry. Äh, was? Jetzt habe ich es auch gecheckt. 4 von 10. 3,395. Ja, ich finde die nicht so gut. 4 von 5. 4 von 10. Ich finde die nicht so gut. 4 von 5. 4 von 10, sorry. 3,395 bei 49 großen W-Bucks, am 5. Nummer 2017 im Shop gewesen, seit dem 7,995 Reminders. Goldgräber. Goldgräber, fast mit der V-Bucks, finde ich überhaupt nicht so toll. Ist in diesem Sonnenblumen-Dings da, Set drin. Kriegt von mir 4 von 10. 3 von 10. 3,405 bei 27. Wurzland, am 6. März 2019 im Shop gewesen, seit dem 6x und 16x Wellenwirbel. Wellenwirbel bewegt sich nicht so wirklich viel dabei. Klick mal bitte unten durch die Modelle durch. Äh, ja, wie ist es so schnell, dass man auch ein bisschen was sehen kann. Super. Äh, ja, hat eine ganz, ganz kleine, ganz kleine Animation drin. Ja, sieht nicht so schlecht aus. 7 von 10. 4,255 bei 9,205, am 11. Juni 2019 im Shop gewesen, seit dem 3x und 13x, oberpeinlich. Das könnte ich mir immer denken, wenn ich ja gleich spielen sehe. Für 200 V-Bucks, mega cooles Teilkind von mir 10 von 10. 4,255 bei 11 V-Bucks, zum Beispiel im Shop gewesen, seit dem 3x und 7x, oberpeinlich. Enigma, aber das heißt ja, nee, Krypto. Den Krypto, da finde ich persönlich halt hinten dieses Backpack mega geil. Ja, das ist. Dieses Holo-Wirbelsäulenteil, richtig cool. Ja, das ist mir 7 von 10, 8 von 10. Ja, den selbst, den finde ich nicht so ganz so cool, das ist halt eine Mischung. Also, das Ding kriegt von mir 7 von 10. 3,255 bei 31 V-Bucks, den von 10, März 2019 im Shop gewesen, seit dem 5x und 54 waren das. Enigma, 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 ja, sind jetzt wieder mal nicht so meine Farben. Ich finde es geil, weil es Komplementärfarben sind. Okay, also von mir kriegt es 6 von 10. 8 von 10. 4,5, 4,5, 5,5, bei 6, 20 Großmars von 10, März 2019 im Shop gewesen, seit dem 5x und 39 und anders. Ja, dann sind wir schon im neuen Set angelangt. Blaue Bolzer. Dieser Blaue Bolzer, zeig mal bitte, gibt es da irgendwelche Effekte oder sowas? Also, übersehen wir gerade, was? Nein, das ist einfach ganz normal. Was heißt, das ist auch alles normal. Wie viel gibst du da? Blaue Bolzer mit Teil des Luftschlagsets, ja, für 800 V-Bucks, 800 V-Bucks für diese Picke? 7 von 10. Er kriegt von mir 6 von 10. Ein Reminder. Zwilling ist trotz. 800 V-Bucks, das sieht ja fast aus, als wären wir in Star Wars angelangt. Das sieht geil aus, 10 von 10. Ja, das sieht ein bisschen aus wie Star Wars. Wieso ein X-Wing? Nein, ein X-Wing. Ein bisschen wie ein X-Wing. Ein gleiche ein X-Wing. Weißt du, was ein X-Wing ist? Nein, nein, nicht ein X-Wing. Weißt du, was ein X-Wing ist? Das ist ein X-Wing. Das sieht doch nicht aus wie ein X-Wing. Das sieht aus wie ein X-Wing. Ja, ist ja gut. Die Silth haben oder sowas. Ja, ja, ja. Ist doch gut. Was? Ein X-Wing? Wir sind bei Star Wars angekommen und er redet von einem X-Wing. Ein X-Wing? Ja, ist doch gut jetzt. Hilfe! Ja, du hast recht. Das ist ein TIE-Bomber. So ungefähr sieht er aus wie ein TIE-Bomber. Ja. Nur nicht mit der runden Kuppel in der Mitte. So, okay. Dann hätten wir... Iron Man. Ja, den finde ich aber ganz cool. Und der kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10. Oh, der ist mega. Der sieht mega geil aus. Zeig den mal bitte. Okay, da unten hat er... Geh mal bitte an diese kleinen Patronendinger ran. Ziemlich cool. Sind das nicht Minis? Das sieht aus wie so Chugsblechs. Nur halt in kleinerer Version, ne? Ja, und hier hinten auch nochmal so. Alter. Das sieht geil aus. Der sieht richtig geil aus. Richtig geil aus. 10 von 10. Definitiv. Für 1500 V-Bucks. 4 von 5 bei einem Board und 6 Reminders. So, jetzt bewerten wir den einem Shop, den heutigen. Und da ich heute einen Shop sehr gut finde, gebe ich dem auf jeden Fall einen Dorit. Ja, bin ich voll und ganz bei ihr. Wenn es euch gefallen... Erstmal 899 Loveits, 958 is mad, 2317 Haters. Wenn es euch gefallen ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert unseren Kanal kostenlos. Used unseren Support-A-Code sofort. U-Gleich TV. Auf Anhem drücken. Bis dahin. Und tschüss.